Liebe Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Institutsleiter des IMMS, sehr verehrter Professor Sommer, als Sie geschrieben haben und die Bitte geäußert haben, ich solle doch einen kleinen Filmbeitrag zum Jubiläum an Sie senden, habe ich sofort Ja gesagt. Und hier bin ich, virtuell. Ich kann es gar nicht glauben, ist das schon fünf Jahre her zum 20-Jährigen, dass wir zusammen ein Smart Jacket ausprobiert haben. Kinder, wie die Zeit vergeht. Und jetzt sind Sie 25 Jahre alt. Eine Erfolgsgeschichte. Das IMMS steht als Brücke zwischen Wissenschaft und Unternehmen. Es engagiert sich in Netzwerken. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und vor allen Dingen sorgen Sie dafür, dass unser Nachwuchs eine Stätte hat, in der Ideen gedeihen können. Ich habe gelesen, 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind über die 25 Jahre beschäftigt gewesen. Über 400 Studentinnen und Studenten haben sie betreut. Und all diese Menschen arbeiten daran, dass die Wettbewerbsfähigkeit, die Innovationskraft Thüringens voranschreitet. Eine ganz hervorragende Arbeit, auf die wir, auf die Sie sehr, sehr stolz sein können. Und deshalb gilt mein ganz herzlicher Glückwunsch Ihnen allen. Ich wünsche Ihnen, dass Ihnen nie die Ideen ausgehen, dass Sie weiter daran arbeiten, Thüringen voranzubringen. Viel Kraft, viel Mut und von Herzen alles, alles Gute.